wie viel Schaden hat er eigentlich noch zum aushalten Hallo everybody, sexy people, I'm your name, my name is Ritvon Gili und ich begrüße euch zu einem richtig schönen FETT bisschen hingeschissenem Video hier gerade denn ähm ich bin jetzt zwei Wochen lang nicht äh an meinem Rechner und ich habe nicht geschafft vorzuproduzieren beziehungsweise selbst wenn ich es geschafft hätte vorzuproduzieren hätte ich ein massives Problem damit äh dass ich äh das Zeug nicht mehr hochladen kann weil ich in München keinen Zugriff drauf habe oh Gottes Willen äh sag mal wie lange soll ich eigentlich noch brennen und wieso habe ich eigentlich so viel Schaden warte was der Slime hat mich getötet Ripp in Schleim ja super das ist nicht so viel gebracht oh je wieso können die mich alle hinten ich hab ja nur das Gefühl dass ich ein paar Läcks habe hi fuck nice so äh ja das war eigentlich der ganze äh ich bin aus der Übung muss ich dazu sagen das war eigentlich bereits schon der Inhalt des Videos ähm das keine Videos kommen die nächste Zeit einfach nur weil ich es nicht hinkriege äh äh ja der Schleim ist echt zum scheißen blöd hi hi yeah yeah fuck lol das äh war Skin äh ja wer ist eigentlich das da oben hi äh äh wie auch immer das jetzt möglich war boom hi 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 yeah mein Baum fuck ja ja ähm was passiert hier gerade wo ist die blaze wo ist die blaze äh das ist jetzt das war geil WUH kommt das an? ne kommt nicht an aber das kommt an wie viel Schaden hat er eigentlich noch zum aushalten verfallen das ist die blaze das ist jetzt in der tat äh etwas äh das war jetzt echt toll team in die team in die fände ich jetzt echt etwas fände ich jetzt echt etwas das würde mir nicht schaden ziehen tschüss hallo das war schon ja gut ähm ja wie gesagt das ist gerade überhaupt nicht laut ein die ein die 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 so ende tschüss es gibt die nächsten zwei wochen leider keine videos von wieder also voraussichtlich dafür gibt es aber ab ersten worte kann jetzt auch nicht ab ersten dezember gibt es intensiv 3 dafür kein parina ich team mit ebo das heißt das ist quasi der ersatz für parina wir können kein parina machen wegen untend of 3 oder so ähnlich egal tschüss